hallo und herzlich willkommen bei next games lp ich bin heute call of duty advent warfare ja die kampagne natürlich und das spiel beginnt viel spaß ja gespeichert black x ja auch veteran ich brauche eine herausforderung und los geht's wenn wir auf die welt kommen bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht blind folgen wir jedem der die Führung übernimmt wir verschreiben uns jeder erdenklichen sache die uns mit Sinn erfüllt für mich waren das die marines ich hatte mich mit meinem besten freund will sechs monate vorher gemeldet jetzt waren wir am anderen ende der welt für einen einsatz in südkorea wir waren waffen brüder ganz egal wie schlimm es auch wurde ich will immer darauf zählen dass er an meiner seite kopf hoch mitsche so schlimm kann es nicht sein es wird mir jetzt erst richtig klar dafür sind wir hier tja mein vater war ein marine ich hatte kaum eine wahl ja ich bin auch wegen meinem alten hier ich wollte weg von ihm viel weiter weg als das hier geht es kaum wir haben befehle wir gehen rein bei epsilon dann wird es dreckig genau wie ihr es gelernt habt seid ihr alle im bilde weiß jeder wohin es geht alle waren bereit dann los mitchell m los geht's m mussten sie zurück es war nicht nur eine mission es war unsere initiation exotyp solltet welcher 0 1 die Bereitschaft alle Mann festhalten es geht los kurz ganz wenig kenschen k k k k k k k sie sich auf der anderen seite in unserem lande Bitteschön, gern geschehen. Mein Beileid hat dir doch nichts geschadet. Bitteschön, die Tür! Oh! Sehr schön. Ja, jetzt sieht das natürlich nicht so hoch aus. Und jetzt kann ich mich bewegen, gleich. Ein bisschen aufpassen, wer als letztes rausspringt. Ich kann mich bewegen, aber irgendwie... Okay. Jetzt mal kurz testen. Okay, was für eine Waffe? Okay. Okay, Pistole. Naja, die geht. Ja, Alter. Okay, wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam eins stoßen. Ja, Sir. Ja, Sir. Kontakt, Kontakt. Oh, fuck. Ja, geh doch weg. Habe ich die? Habe ich die? schneller bewegen. Auf dieser Seite geht schnell runter. Soll ich die Pistole nehmen? Pistole oder? Macht eure Booster bereit. Denkt dran. Kontrolliert mit kurzen Schieden den Fall. Äh. Achso, beim Fallen des... Äh. Was? Ich so, da runter springen? Alter, Alter. Da? Nee, ich glaube, ich bin falsch. Guck, kann ich hingehen? Nee, kann ich nicht. Auch nicht. Na, ich glaube... Null. Ich muss bis ganz ohne. Hä? Ja, okay. Ich bin richtig. Ja, das hätte jetzt sein können, dass ich, äh, naja, äh. Ja, das ist richtig gelungen. Sehr gut. Ich muss zum diesem Team nehmen. Wer zum Teufel seid ihr? Welcher Trupp? 227 geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon akkerekten. Das ist ihr werdet tot. Batterie. Das ist deren Position. 2 Kilometer dort festlegt. Platz daran 775. Okay, wir rücken ab. Wir rücken ab. Ja, das ist das. Wohin? Weiß ich besser. Nicht da lang. Und da kommen bestimmt die ersten Gegner schon ab.